Oh, Michael, sind doch uns. Einer hat sogar extra auf Michael gewartet, glaube ich. Einer hat sogar extra auf Michael gewartet. 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 Also mein Vorbesitzer von meinem Kaliber, der hat den Kaliber verkauft, hat sich auch genauso einen Rollbohr, auch als Turbomotor, das war auch, dass wir jetzt haben die am Werk die Dinger, ne? Mega krank. Dann hat sich den super gekauft. Ein Verkauf und dann geht die super verkaufen, finde ich, kann man so long sein. Schön als Targa und so. Und ich habe einen scoringen Kaliber, der hat einen Kaliber, der hat den Kaliber und den Kaliber. Soll das jetzt alles aufnehmen. So, Das ist so geil, wie er einfach mal so die Spur dann gerade bellt, wenn er wieder reinfliegt. Da kommen die GT3 Fahrzeuge hin. Ich habe wieder die Leistung, ne? Oh, der M3 ist glaube ich gerade kaputt. Ich habe linke rechts gemacht und ist jetzt weg. Ja, Depozei, klar. Ein paar Steinkosten sind da, noch ein Job. Voll der Kiefer gerade. Dann machen wir mal den Leistungsunterschied, ne? Ahnung, welche Kurven ist dann nicht unbedingt schneller. Aber anzugreifen, ne? M5. M3. 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 1-5. 3-0. So, Spannende Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020